Weißt du, und dein Talent, Digga, ist gar nichts, weißt du? Egal wie viel talentiert ich bin, ich hab anscheinend nicht genug gepissen und drum gekämmt. Und das ist die Wahrheit. Weißt du, das muss man jetzt annehmen und den Kampf dann annehmen. Noch ist gar nichts zu spät. Das ist lieber im Sport, Digga, weißt du? Da kommt ein Typ allerhand, haut den Typ in der ersten Runde weg. Denkt, er ist der talentierteste Typ, trainiert gar nicht richtig, kriegt auf die Fresse. Der Junge, der erste Runde K.O. gegangen ist, aber, Digga, hat jeden Tag gefetzt, trainiert, Digga, ist sauer geworden. Er war fleißig. Jetzt haut ihn keiner mehr weg. Weißt du, was ich meine? Vor solchen Leuten muss man Respekt haben.